Ich vermag alles durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil ich noch nie jemanden getroffen habe, der mir so nah ist, der mich so gut kennt, der mich so gut versteht und der einfach so gut zu mir passt. Und ich freue mich einfach so, so sehr auf mein Leben mit dir. Egal, was ihr schon erlebt habt, ihr wisst, Gott ist mit mir. Und da ich weiß, dass Gott mit mir ist, werdet ihr jede Lage überwinden. Egal, wie hoch und wie schwierig die Situation ist oder egal, wie leicht auch. Damals, weißt du noch, als wir uns auf der Silvesterfreizeit kennengelernt haben? 2012 auf 2013 und irgendwann am Ende kam ja diese Wette bei Raus, die von mir bewusst gewählt wurde und ich auch das bewusste Risiko eingegangen bin, dass ich diese verlieren werde, einfach weil ich dich weiter sehen wollte. Jetzt ich dich das erste Mal richtig wahrgenommen habe, war, als du mich angesprochen hast, wegen meinem Workshop. Und ich habe genau gleich gesehen, dass du total Energie hast und Kraft und dich dafür einsetzt, was du willst und ja, du ein interessanter Charakter bist. Ja, damals auf der Freizeit dachte ich das erste Mal, als ich dich gesehen habe. Ich habe schon über einen Kumpel was von dir gehört, über mehrere Leute. Wow, was für eine Hammerfrau. Ich habe schon über einen Kumpel. Ich durfte durch dich einen Menschen kennenlernen, den ich echt wertschätzen gelernt habe und richtig lieben gelernt habe. Du bist ein Unikat, du versuchst du selber zu sein, deine Berufung in Gott zu finden und das umzusetzen vom Herzen und in Taten, was in der Bibel geschrieben steht. Mein Liebling, als ich vor fast genau sieben Jahren Jahr zu einem Leben mit Gott gesagt habe, habe ich nicht damit gerechnet, welches Geschenk mich dadurch erwarten wird. Du hast auf mich gewartet. Ich werde der beste Vater unserer Kinder sein und der Mann, den du brauchst. Liebe Mami, deine Liebe zu mir und anderen Menschen, Dein Optimismus, deine Geduld und Annahme, dein Humor und deine Schönheit waren mir immer ein Vorbild und ich bin unheimlich dankbar, dies alles in meiner Mama zu sehen. Was kann es bei einer besseren Mama geben? Ich habe mich gemerkt! Musik 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 Okay? Musik Das ist Ihr Name alone Das ist Ihr Name alone Das ist Ihr Name alone Ich glaube, wo ich mich am meisten auf der Ehe daran freue, ist, dass wir zusammen die Welt verändern können Weil ich glaube, wir sind teilweise echt konträr, aber auch ähnlich Und das macht es so interessant Ich habe viel Potenzial, sie hat viel Potenzial Und wenn wir beide das zusammenpacken Klar gibt es auch schwierige Zeiten, aber die haben wir auch vorher gehabt und haben überwunden Und wenn wir dieses Potenzial einfach nehmen und es in Gottes Hände legen, dann können wir die Welt verändern Das ist so cool Das ist so cool Der liebenswerteste und verrückteste Mensch, den ich kenne mit dem größten Herzen Mit totalem Glauben auch daran, dass alles gut wird, treuer und sehr humorvoll Das ist so cool Das ist so cool Und dann habe ich angefangen, ihn in Worte zu fassen, quasi auf Papier oder auf das hier Ja Und eigentlich, ich lese es einfach mal vor kurz La 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 Klar Also, Christopher Ich habe versucht, mich in Worte zu fassen und das, was du für mich bedeutest, als bester Freund Und ich kann es einfach machen Ja, du bist mein Herzensmensch einfach, mein bester Freund und das wird sich nie ändern Und das möchte ich dir heute auch, wie ihr euch beide schon gegeben habt, ein Ja geben für dich, als bester Freund für immer Er weint Musik Untertitelung des ZDF, 2020